Was wir an dem Ding hängen haben, wiegt gleich das Fünffache. Was wir an dem Ding hängen? Was wir an dem Ding hängen? Okay, Agent. Eine Einsatztruppe von Sarah und JTF steht bereit, sobald sie die Lage im Griff haben. Sie werden Proben von allen Flüchtlingen nehmen, die sie finden. Medizinisches Personal? Ein paar Rettungssanitäter sind dabei, ja. Ein paar? Also etwa zwei? Die anderen können Erste Hilfe leisten. Sie wissen, wie man eine Vene findet. Also los, Agent. Ohne die Proben zu kontaminieren, hoffe ich. Oder sich zu infizieren. Ja. Ich will das mal glauben. Danke, Doktor. Also los, Agent. Ohne die Proben. Sohne. Ohne die Proben. Ohne die Proben. Ohne die Proben. Ohne die Proben. Das war's für heute. 1 Was ist das? Das war's. Das war's. Hier ist das The Candle. Probenteam, hören Sie mich? Hier, Pater. Wir hören Sie, Doktor. Oh, Lieutenant. Gut. Hören Sie. Ich brauche zu jeder Probe Daten über den Spender. Alter, Geschlecht, ethnische Gruppe, allgemeiner Gesundheitszustand auf einer Skala von 1 bis 10. Dann beschriften und sammeln Sie die Proben nach. Entschuldigung, Doktor. Aber vielleicht kann das warten, bis die Operation abgeschlossen ist. Haben Sie etwa kein Vertrauen in Ihren Agenten? Konzentrieren Sie sich auf Ihre Aufgabe. Lieutenant, funken Sie Doktor Candle an, sobald das Gebiet sich erinnert. Ja, Ma'am. Keine Sorge, Doktor. Wir kriegen das schon hin. Hoffentlich bald. Es geht ja auch nur um das Überleben der gesamten Menschheit. Verstanden, Dok. Paterl Ende. Verstanden, Doktor. Ihr kennt die aktuelle Lage. Für diese Leute ist es zu spät. Sie sind tot. Jeder Einzelne von Ihnen. Aber es ist noch nicht zu spät für uns. Und wenn wir das Nötige tun, dann vielleicht auch nicht für den Rest des Landes. Also an die Arbeit. Also an die Arbeit. Also an die Arbeit. Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ihr wisst, worum es geht. Also los! Alle gehen rein! Oh, shit! Ein Agent aus Ihrem Team ist getroffen und bracht Unterstützung. Ein Agent aus Ihrem Team ist ein Agent aus Ihrem Team. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ihr kennt die aktuelle Lage. Für diese Leute ist es zu spät. Sie sind tot. Jeder einzelne von ihnen. Aber es ist noch nicht zu spät für uns. Und wenn wir das Nötige tun, dann vielleicht auch nicht für den Rest des Landes. Also an die Arbeit. Die Arbeit. Das war's für heute. Das war's für heute.